Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Makedonien. So, wir sehen schon ziemlich fett aus, ne? Ja, ähm, jetzt ist nur hier ein paar feindliche Armeen, hier eine feindliche. Und, ähm, genau, ja, Sparta boxen wir jetzt weg, die da oben boxen wir weg. Das wird schon, das wird schon. Ähm, genau, hier ist eine Fullstack-Armee in Vollmarsch. Dann werden wir die doch mal begrüßen hier mit den Verteidiger-Palast. Ähm, ja, ist keine Fullstack-Armee, aber das wird ausreichen für die. Die haben, ich glaube, dreimal Ballisten. Es können wirklich dreimal Ballisten sein oder hier sind noch Schwertkämpfer. Ähm, dann zwei Ballisten, dann... Ich, ich find's lustig, dass hier Fragezeichen sind, weil die Wahrscheinlichkeit ist unglaublich groß, dass das einfach nochmal freie Herbanner sind. Äh, ja, pfff, easy, easy. So, also, nicht so, so easy wegen den Ballisten, also wir können, ähm, uns nicht gut verschanzen, aber wir haben ja genug, äh, Kavallerie dabei. So, wie sieht's denn hier aus? Was machst du denn hier? Der Reyes-Untergang. Chilt hier sein Leben, oder was? Ja, du, äh, solltest auch mal langsam, ähm, der Untergang der Barbaren werden, beziehungsweise Barbaren waren, waren, ja, eigentlich die Makedonier im, im Auge der, im Auge der, äh, Griechen. Und das waren ja die barbarischen Völker da oben. So, was machst du? Die 10.000, die könnten auch mal... Puh... Was machen denn die 10.000? Soll ich die 10? Warte mal. Äh, genau hier, die, die schippern nach da. Alexander Stolz ist hier. Dann, dann, dann habe ich hier drei Armeen, also, Verteidiger, dann, der Reyes-Untergang und, äh, der Stolz. Ähm, das ist jetzt die Frage. Ähm, was, was macht denn die Rache, Alexandros da unten? Wann habe ich denn die hierhin getan? Krass. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, das ist ja nicht gerade schlau, was ich da mache, beziehungsweise ist ja nicht so schlimm, weil Athen ist ja auf unserer Seite. Ja, okay, dann, dann passt das. Dann war es ja doch nicht ganz so doof. Dann haben wir aber hier drei Fullstack-Armeen für Sparta, äh, Massilia und oben lasse ich dann... Die 10.000, weil die 10.000 können jetzt auch nach unten stopfen, beziehungsweise, äh, Entschuldigung, ich, ich muss gerade, ähm, schauen, wie ich das alles managee. Aber, also, so kann man es, glaube ich, besser sehen. Äh, so, hier habe ich jetzt zwei Fullstack-Armeen, die werden, ich glaube, die werden wirklich für, für den Südzäpfel hier, von Arabien, wird, äh, werden zwei reichen. Dann, mit dem stapfe ich Richtung Norden, also mit den 10.000, mit, äh, denen... Kann ich ja, genau, mit dem und denen werde ich nach, äh, Norden stapfen, mit denen zwei... ...stapfe ich nach, ja, nach Westen und mit der auch. Äh, die zwei, vier, die drei, vier Sparta. Macht eigentlich keinen Sinn, ne? Sparta ist eigentlich, äh, nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ähm, ah, schau mal, wie groß Massilia ist. Die sind halt riesig, die haben komplett Spanien. Ja, okay, egal. Ähm, easy. Gibt's mehr zu erobern. Die Konföderation ist auch riesig, aber das ist ja klar. Aber Kanuten. Kanuten. Dass die Kanuten so groß sind, hab ich noch... Ich hab ja noch nie gesehen, dass die mehr als, keine Ahnung, paar Runden überleben. Also die, die hab ich noch nie so gesehen. Aber hey, es gibt ja immer ein erstes Mal. Ich, ich, ich meine, das, äh, Spiel kam wann raus? 2000... Äh, 2000 und... 1, 2, 2002? Warte, das, äh, das, äh, will ich jetzt... Ah, wolltest du mal, Kani? Wie? Das will ich jetzt nachschauen. Wo ist... Mein... Hä? Das hatte ich gerade in der Hand. Bin ich jetzt so? Ah, ja. Ich hab's zum Aufladen geschickt. Gut, also. Ähm, während ich nachschau, könnt ihr ja überlegen, was für ne Strategie ihr machen würdet. Also, auf welche, äh, Himmelsrichtung würdet ihr wie viele, äh, Armeen schicken, beziehungsweise würdet ihr nur, ähm, also eure Armeen auf eine Seite, äh, richten. Also, das heißt, ähm, entweder, ähm, wie Rom gegen Griechenland. Äh, Rom hat ja, äh, Spanien und, äh, ja, eigentlich ja, Spanien übernommen. Und dann haben sie komplett alle Legionen Richtung Griechenland geschickt. Entweder so, oder, ähm, im, ja, äh, am Ende von, ähm, Roms Zeiten haben sie ja überall ein bisschen angegriffen. Genau, entweder gegen Griechenland oder gegen alle. Gut. Aber hier, so lange brauche ich gar nicht. Äh, Rom, Total. War, war, zwei, zwei, drei, was? Was? Krass. Okay, also, ähm, zwei, ja, okay, das, äh, ja, das, das war dumm von mir, weil 2001, 2, das, äh, da war ja die Grafik noch, äh, bei Weitem nicht so gut. Äh, 2004 kam Rom Total War 1 raus. Muss man sich mal vorstellen. Ähm, und 2013 kam Rom Total War 2 raus. Ja, ähm, das habe ich mal sowas von verschätzt. Gut, ähm, aber warum habe ich das jetzt, äh, äh, ah, genau, weil ich, ähm, überlegt habe, äh, wie lange ich Rom Total War 2 schon zocke. Also, eins habe ich da davor schon gezockt, aber der, äh, ja, ich habe, äh, vorbestellt und es kam ein paar Tage vor Release raus. Also, ja, 2013, also sechs Jahre, wo ich, ähm, wobei ich aktiv das, äh, vier Jahre zocke. Also, ich habe es, ähm, die ersten, ähm, zwei, drei Jahre richtig aktiv gezockt und, äh, dann eben angefangen, wieder aktiv zu zocken, äh, mit, äh, mit, äh, dem Let's Play hier. Äh, quasi, ich, ich habe ja, äh, mit, ähm, ähm, hä? Achso, Tradition, ja, Tradition kann ich ausgeben. Ähm, bitte hier. So. Ähm, genau, ich, ich habe ja mehr oder weniger mit, äh, Rom Total War 2, äh, angefangen. also davor habe ich noch um Tomb Raider gespielt also wirklich um ja das nö das kann ich vergessen wir haben ja wirklich angefangen habe ich mit Rom Total War 2 mit Epirus könnt ihr mal anschauen das ist echt bist du das war mehr als bescheiden ja auch die Pergamon das war glaube ich einer seiner letzten Armeen Armeen in Anführungsstrichen Bedürfnis nach Kavallerie ok Rang erhöht blablabla Frieden verhandelt blablabla natürlicher Todpolitiker Nahrungsmittelknappheit minus 10 warum sind hier wieder irgendwelche Trottel am trottelieren so ok du machst dann den und du steigst dann weiter ah sieh mal einer an die Flügel des Pegasus und die Kinder des Zeils ok das sind jetzt äh schon die linke Faust äh Alexander äh die habe ich glaube ich vergessen die die kommt jetzt auch ähm die habe ich vergessen dass da noch eine ist ach und da ist ja noch äh eine Flotte von mir ja sehr schön ähm dann schnappst du dir mal das da der zeigt dass er dass ich ziemlich viel verlieren werde alter gut die Hälfte äh oder maximal die Hälfte da äh ja sag ich mal nö sag ich mal einfach nö so muss sehr kurz wieder meinen ähm mein Handy zum aufladen schicken so wir sind hier bisschen blöd dass das ja jetzt so eine Steigung ist aber das wird schon also hier schick ich zwei hin hier schick ich zwei hin der wird durch die da unterstützt ne 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 er wird durch die da unterstützt die unterstützen hier die haupt äh angriffs äh bla bla und die sind spontan da die sind mal spontan da äh und die schauen hier rum boah hier sieht man nö dass er sich hier aufstellt so so es nähert sich halt nicht hier unterstützen so 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 wo kommt die her ah von gegenüber das ist ganz praktisch dann schick ich die mal hier dann schick ich die mal zum scouten wann der dann ankommt dann das d Da-dam-dam-dam, da-da-da-da-da-da-da-da-dam. Königliche Peltasten! PC Tairoy! Stell es marschieren! Königliche Peltasten! Virtus! PC Tairoy! Spiekenalarm! Königliche Leinenpanzer-Schwertkämpfer! Nahkampf-Infanterie bereit! Also, der geht hier komplett raus, da. Interessant. Hörst du etwa zu meinem General? Das ist ungesund. Königliche Leinenpanzer, Schwertkämpfer. Königliche Peltasten, da kommt die Batterie bereit. Wir ziehen teil euch. Recht, Torwehr. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verkauft. Die Krieger erwarten euren Befehl. Königliche Peltasten. Kriegeln bereit. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verkauft. Bereits zum Einsatz. Nahkampf-Infanterie zu euren Diensten. Mhm. General. Die Makedonier sind bereit. Zu Befehl. Riga-Makedonier. Na, warte. Ich könnte die ja mal nehmen, um die Fernkämpfer hier auszuschalten. Das wird auch mal was. Befehle. Befehl. Bereits zum Einsatz. Befehle. Die Wut. Die Wut. General. Oder ich gehe einfach mit dem General. Der passt ja jetzt da durch, wenn er einen Keil baut. So, sehr schön. So. Sehr schön. das ist jetzt auch platt die stopfen mal hierhin die stadt mal dahin dann könnt ihr die sehr schön aufhalten du stoffst meine einheiten hat ihre gesamte munition fertig dann alle richtung weil das verlag wieder einnehmen aber das kann man nicht wir haben die besseren pikniere so ihr geht mal wieder raus aus dem hause raus ja die bleiben mal allgemein da kommt er ja der kleine nachteil ist dass ich sehr wenig sehr wenig munition noch aber an sich wird es reichen an sich wird es reichen so und die steinschleuderer hier können schon mal grüß gott sagen ich glaube jetzt können die die auch schon sehen oder nicht wirklich heute in die können nur bis dahin werfen ist das bringt nicht viel dann werfen sie hier schön von der seite das ist lustig dann mal vorspulen ist ja alles so wie geplant ihr könnt euch glaube ich ein bisschen breiter noch das war schon das breiteste was ist bei breitheit geht soll ich hier geht noch ein bisschen breiter und wenn die restlichen sie können die die nicht sehen das ist ja blöd ja warum können die die nicht sehen das ist doch vollidiotisch und die können auch nicht werfen oder was das ist ja sehr logisch das ist ja super logisch das ist ja mal wieder super logisch warum auch immer der den so freigiebig anbietet das ist ja so idiotisch dass die von hier oben nicht angreifen können wahrscheinlich wahrscheinlich weil die eine flache waren haben und hier vor allem auch vor allem auch dass die die nicht entdeckt haben das ist ja auch voll idiotisch egal das ist ja scheiße aber ich das ist ja ja das ist ja das ist ja ich das ist ja ja idioten ich habe doch er gedrückt damit die er anfängt werden also ja das ist so eine mechanik die nervt ziemlich ehrlich gesagt wenn man bei kavallerie sagt die sollen angreifen gehen die zum ziel also man muss ständig immer wieder gesagt sagen dass sie rennen sollen also hier wenn man die einfach so weg schickt dann dann ist es überhaupt kein problem aber sobald es sobald man die zum an angriff klickt dann ist es vorbei dann ist es vorbei ja von dem von hier könnt ihr schießen so nächster versuch next try jetzt schon eine version ist auch gewonnen quasi zuerst so hinzuschicken jetzt habe ich auch mehr oder weniger gleichzeitig hatte es ist das reicht immer noch nicht diese die sind so lahm eine pferde ist ja unglaublich ohne beliefer bei ja jetzt greift mal hier an das ist ja das wird ja langweilig hier so ich greife dann zuerst von hinten an so hallo hallo ihr könnt ruhig stehen bleiben also und auch lustig ist wenn ich so drücke dann checken die nix aber sobald ich an angreife warte jetzt checken dies das ist so idiotisch das ist halt so ein ja damit heute quasi der wollten die quasi hey jetzt komm mal her wollten die quasi den Prozent Computer schütteln aber der K.I. einen kleinen Vorteil um verschaffen zu sein die K.I. also könnt ihr euch merken um die weiß sofort war was ihr kriegt also wenn ihr jetzt zum Beispiel weil ich hier drauf klickt dann werden diese sofort reagieren und jetzt gehen er könnten können wir bitte wieder zurück zur Armee gehen hier ihr idioten ihr wollt wirklich Cavalry chasen das ist das ist idiotisch das ist mehr als idiotisch also jetzt wird der Hauptangriff doch hier stattfinden weil der zu dumm dafür ist beziehungsweise weil er sofort wusste wo meine mein General äh wir gehen mal einfach hier hin so das können wir auch vorspulen so tut mir echt leid also ich dachte nicht dass der so nervig ist aber offensichtlich ist es jetzt bitte normal angreifen und sich hätte ich ja jetzt auch hier zu machen können aber ich jetzt ist einfacher dann kann ich hier auch zu machen kann ich sehen was das abgeht so 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 gut so so sehr müde dessen lasse inklusive esse hat sich die einfach mal laufen gut dass die Leinpanzer der Schwertkämpfer angreift und nicht die Pikiniere, weil die sind ja um einiges besser so dann gehst du mal hier hin oder hier geht da hin hier geht da hin hier geht da hin so das sieht doch schon mal sehr sehr vielversprechend aus hier muss ich mal helfen hier muss ich mal helfen muss ich hier einen Freider aufstellen bitte so der da leidet ziemlich das sieht schon mal gut aus das sieht jetzt langweilig aus der fliegt schon wieder ja wahrscheinlich weil er den general gesehen hat langweilig langweilig ihr seid wohl langweilig dann schicke ich mal die Kavallerie vor A viel spaß das war zum beispiel ich weiß nicht ob er ihr game of Thrones anschaut das war zum beispiel auch sehr sehr lustig bei der Schlacht der Bastarde die wird ja als ja einer der der besten schlachte schlechte abschlachtungs szenen in game of Thrones gesehen aber aber ja das das hat nicht sehr viel realistisches an sich aber ist trotzdem ja immer noch gut für für eine Filmschlacht ähm was da lustig ist äh sind die ähm ist die Phalanx die die ähm die Feinde quasi bauen also die die umkreisen ja ähm äh die ja die guten sag ich mal und ähm bauen eine Phalanx sondern wie sie die Phalanx bauen ist ziemlich interessant weil sie die die erste Reihe hat nur Schilde hat äh ziemlich große äh Tellerschilde ähm und äh die Reihe nach ihnen hat sehr lange äh Piken und äh Fazit ist dass ähm ja eine Pike kommt dann ein Schild dann eine Pike und so weiter und äh die Piken haben einen Abstand von natürlich ähm ein Schild und äh ja das ist ähm das ist äh ein sehr großes ähm eine sehr große Lücke und äh da haben sich auch manche schon bisschen lustig drüber gemacht beziehungsweise ähm fanden es äh ein bisschen amüsant äh das da wirklich ähm ja das das ist halt so krass unlogisch ist dass äh da niemand durchkommt ähm wenn man dann ist das ein Feind ja wenn man dann jetzt zum Vergleich eine echte Phalanx anschaut also von ähm ähm von Sparta oder von Makedonien hier äh dann sieht man schon was was der Unterschied ist also ähm die Pikenierer haben halt äh keine großen Schilde aber da da zeigen halt die ersten drei Reihen oder die ersten zwei drei Reihen zeigen mit den Piken nach vorne und das ist äh so ein großer Unterschied weil dann äh entsteht halt wirklich kaum eine Lücke und äh ja genau aber hallo oh tut mir leid du bist tot und eh Peckamon ist weg wurde ja auch mal zeigt gut ja 33 Minuten ne gut wir haben schon wieder überzogen danke fürs Zuschauen ich hoffe euch hat's gefallen und nächstes Mal werden wir ja sparta aus Griechenland raus Bis dahin, macht's gut, bye bye.